Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier in der grünen Oase von GOB und der GOB-Zeitung in der Stadt Basel. In der aktuellen Ausgabe bei Ihnen im Briefkasten geht es um 25 Jahre Naturaplan. Eine ganze Ausgabe zum Jubiläum einer Marke, ja, weil Naturaplan viel mehr als einfach nur eine Marke, eine Brand ist. Naturaplan ist eine Idee entstanden 1993 von ein paar vielleicht ein wenig gespurnenen Leuten, die sich zur Idee gemacht haben, biologische Lebensmittel für alle zu erschwinglichen Preisen. Was daraus geworden ist, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe. Ich wünsche Ihnen eine ganze erfrischende Woche.